Hey Leute, wir sind hier im Körper des Kaisers und hier stinkt's ey, es ist so... Und deswegen gehe ich nochmal ganz schnell raus. Ja, ganz schnell raus Leute, denn ich weiß, wie ich an die Truhe komme. Und das ist gar nicht mal so schlecht, denn es nimmt tatsächlich mehr als eine Truhe. Hab auch nochmal den Tipp von euch bekommen. Äh, los raus hier. Aua, war das denn vielleicht doch richtig hart? Alter! Einfach rausgesaugt, ist schon klar. Nein, und zwar muss man tatsächlich zu der Truhe rüberspringen. Oh Gott, wo bin ich denn? Also da. Man muss zu der Truhe rüberjumpen, aber dafür braucht man halt echt Anlauf. Viel Anlauf, denn sind ja die Sprünge auch wirklich länger. Oh Gott, oh Gott, und ich muss ja ein bisschen Glück haben, dass ich hier eventuell genug Anlauf bekomme. So. Äh, äh. Noo, okay, ja, sieht gut aus. Komm schon. Nein, oh, oh, richtig dumm runtergefallen. Okay, das war zum Beispiel nicht... Ich würde halt sehr gerne den Doppelspeed hinbekommen. Oh, dafür muss ich halt die lange... Also würde ich halt schon gerne die lange Strecke hier nehmen wollen. So. Ähm. Mann, evaiku. Ähm. Ganz gut, wenn wir es schaffen, der beim Spiegel, der wird man ja immer geheilt. So. So. Okay. Äh, ist ein bisschen doof, ne? Aber dafür gibt es halt auch viele Truhen. So, okay, wartet mal. So, äh. Oh Gott. So, vielleicht hab's. Hab's. Und let's go. Oh, Mann! Diese dumme Kamera hat immer hin und her wackelt. Das gibt es einfach nicht. Das gibt es einfach nicht. So. So. Top Speed. So, einmal angegeben. Okay, gut. Achtung, Achtung, Achtung. Wir sind durch. Komm schon. Höh. Höh. Schip. Oh mein Gott. Toll. Ach, Mann, der hat... Warum... Mann, Amy, die wird doch dann... Ich muss einmal halt so rennen. Und dann muss sie lange genug rennen, bis dann ihr automatischer Boost von der... Aua. Von... Mh. Ist das alles scheiße. Ist so eine dumme Stelle. Er nur will den Scheiß tun. Aber ich will die haben. Ich will die haben. Ist das klar. Weil man kommt hier halt nicht mehr her. So, hat ihr nicht richtig geschafft. Rinnst du nicht richtig? Bin ich so... Ebenlich, Moment. Ach, Mann, ich sehe nichts. So, okay, ganz ruhig. Kamera justieren. So, also, höps, höps. Und let's go. Oh, Mann, so langsam. Ja, komm, ich schaffe das. Ich schaffe das. Ja, Leute, ihr werdet sehen. So, okay. Ja, komm schon, komm schon. Top Speed, Top Speed. Höh. Höh. Mann, sie muss. Sie muss ihren zweiten Speed haben. Weil das richtig... Das geht jetzt nicht. Aber wie lange dauert denn das, bis die da so richtig schnell ist? So, das ging doch eigentlich... Das dauert doch eigentlich ja nicht so lange, oder? Bis sie halt richtig schnell am Rennen ist. Die geht doch eigentlich recht fix. Oder habe ich dabei nicht lenken? Ich glaube, ich muss da bei sich ja richtig straight nur gerade ausrennen, oder? Das hat funktioniert. So, ach, Mann, den überhaupt nicht gesehen. Okay, Leute, ja, warte, das dauert jetzt noch ein bisschen, ne? Das ist ein bisschen hier, das ist ein bisschen blöd gemacht. Aber, wie soll's. Komm schon. Komm schon. Das ist toll. Ich versuch's schon immer mal trotzdem. Ne, das klappt nicht. Sie muss richtig schnell rennen. Das macht sie aber leider von alleine. Ja, da muss ich halt gucken. Aber sie kann doch ein bisschen lenken, kann ich da, oder nicht? Da liegt das halt echt am... Nein, noch, habt ihr sehen? So, diesen Speedbooster, der muss ich echt die ganze Strecke lang rennen. Okay, gut. Diesen Speed brauche ich aber. Okay, dann muss ich einfach mal im Blinden losrennen. Ist ja okay. Hoffen, dass es klappt. So. Komm schon. Mann, genau, Pech ihr habt. Ich brauche die ganze Strecke dafür. Die ganze Strecke. Sonst funktioniert das nicht. Ich bin vielleicht tot. Also mal einen Snack snicken. Ups. Hey, damit. So. So, und ist das eine Scheiße. Ich weiß. Ich weiß. Aber was soll's. Mann! Er legt man ganz bisschen... Boah, diese Hitboxen hier. Das ist alles so blöd. Okay, komm schon. So, so. Und let's go. Mann, ich fall da einmal links runter. Das ist so richtig so eine Scheiße hier. Ich muss halt wirklich mega weit rennen. So, ja, ich brauche die ganze Strecke. Ich muss halt so ein bisschen... Boah, so ein bisschen Trial-and-Error-Musik und hoffen, dass ich genau dann durchrenne durch die Spinnen. Obwohl ich die jetzt halt nicht sehe und diesen Zeitlupen-Move jetzt nicht auf die anpassen kann. Ja, seht ihr, zum Beispiel. War jetzt nicht abgepasst, weil ich die nicht sehe. Aber wenn ich das hier mache, dann bin ich zu... Dann bin ich zu weit weg. Oh, wir sind halt gleich tot. Komm, die machen wir mal so ein Ding hier. Fällt mich wieder komplett auf. So, das kann nicht wahr sein. So. Oh Gott, nein. So, komm schon. Komm schon, Amy, jetzt los. Amy, mach Top-Speed. Los, 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 los. Ja, schwe... Ne, der war immer noch nicht Top-Speed, ne? Der war halt immer noch nicht. Mein Gott. Das kann nicht wahr sein. Was dauert denn da so lange? Leute, ich will die Truhen haben. Ich weiß, wie das geht. Ich muss es halt bloß irgendwie schaffen. Das ist das Problem. So, komm, jetzt rüber... Mann, jetzt habe ich es bestimmt bei Schaff-Proße. Ich bin mir so scheiße abgerutscht. Ich glaube, es sind die Wege auch hier so blöd dünn. Ja, komm, wenn der ne krass da ausgeht. Ich will das schaffen. Ich will hier alles 100% haben. Ja, jetzt komm, jetzt aber los, komm. Und? Na? Na? Ja. Schweb! So, wir haben es geschafft. Mein Gott. Je, das Bullenhorn. Wir haben es echt geschafft, ey. Mann. So, der Rückweg sollte einfacher sein, weil die ist ja einfach bloß eine mega gerade Strecke. Das sollte einfacher sein. Ohne Spinnen. So, ich habe noch eine Truhe. So. Ich weiß, wenn ihr jetzt hier wärt, hättet ihr mir da bestimmt viel applaudiert, oder? Sehr komische Stelle. An sich natürlich, das gibt es halt nur Quatsch dafür. Ja, aber trotzdem will man ja haben. So, dann sind wir da hinten. Genau, bei dem großen Spinnennetz. Also, hier ist der letzte Balken mit der letzten Truhe. Ist aber halt vielleicht auch wirklich für die Leute wichtig, die halt auf ihrer, die auf den anderen Versionen von Okami HD, wirklich halt die Achievements handen. Weil es gibt auch ein Achievement von wegen, öffne alle Truhen. Ja, und du kannst halt viele Truhen verpassen. So, Achtung, Achtung. Na, Topspeed hier. Ja, schweb! Oh je. So. Seht ihr, der Rückweg war dann natürlich leichter. Jetzt können wir aber zu dem scheiß Kaiser gehen. Und auch endlich mal hier den Boss machen. Na runter hier. Los, Amy. Jump runter! Yeah! Gums! So. Okay, was ist jetzt hier los? Wer ist denn hier los? Ich weiß noch, ich glaube, da mit dem hatte ich auch Probleme. Beim ersten Mal. Da war ein bisschen... Ein bisschen... Ah, mal schauen. So. So, alles wieder vollgefüllt. Speichern bräuchten wir nicht. Let's go! Oh, oh, oh. Alter, jetzt... Ich frage mich, was da wohl drin ist. Ich habe so ein Gefühl, dass wir in Schwierigkeiten stecken. Du wirst doch jetzt nicht umkehren, oder, Amy? Umkehren? Auf keinen Fall, doch. Auf keinen Fall. Ach, gute Antwort. Okay, du kennst den Ablauf. Spring, bevor du guckst. Oh Gott. Oh, Gott. Ah, hier wieder... Iiiiih! Oh, richtig wird der noch richtig ekliger. So. Wieder ein kleiner Zwischencheckpoint, falls wir beim Boss richtig verkecken. Aber ansonsten... Ist der richtig, der... Sind wir jetzt im Magen drinne? Wer irgendwie das... Oh Gott. So sieht es im menschlichen Körper aus. Ich glaube nicht. Oh Gott, oh Gott. Hier unten... Alter, hier ist richtig... Iiiiih! Das ist schon ein bisschen eklig, oder? Aber... Ja, was soll's. Wer Lord Yabu-Yabu übersteht, übersteht auch den Kaiser. Hä? Oh Gott. Oh mein Gott. Pesst auch. Während dieses ihr Körper unter meiner Kontrolle steht, verbreitet er bösen Himmel über der Stadt. Und du mit dem Kopf wachstest, den Himmel von allem zu reinigen, was ich schon erreicht hatte. Aber du kannst mich hier in einem menschlichen Körper nicht so leicht besiegen. Im Augenblick schreit das mächtige Schwert. Komm mit Nagel danach, von deinem Blut zu trinken. Komm, tritt vor, damit ich dich nicht wieder machen kann. Pesst auch. Pesst auch. Aber, heh, schon klar. Ich werde vortreten. Du bist ein hartes Stück Arbeit, Pesst auch. Spricht dein letztes Gebiet. Du unkultivierter Schurke. Jetzt pass mal auf, Mann. Sei gewarnt. Wir sind hier tief in den Eingeweiden des Kaisers. Wenn wir hier kämpfen, dann wird sein Körper... Hör doch auf! Ein bisschen Action hier wird Ihnen helfen, zu erwachen. Ist aber auch egal. Du bist der, der hinter dem ganzen giftigen Nebel steckt. Einen menschlichen Körper einfach so zu besetzen, ist ein netter Trick, oder? Mit meinem überlegenden Klingel, Dengomaru, werde ich... ...der unglaubliche Issun, den Haufen Schrott, den du Schwert nennst, zerschmettern. Bleibt mal ruhig, ihr Sohn. Lasst mal ein Wichtert machen. Oh, oh, Alter, da ist er. Dumm, 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 dumm. Pesst auch. So, der ist leider... Der ist mega schnell. Wow, der ist mega schnell. So, so kann man leider nichts machen. Jetzt tun wir mal die Zeitlugentechnik. Schnells. Oh Gott. So, halt. Wow, die ganzen Schwerter. Oh Gott. Man muss ein bisschen gucken. Weil an sich... Wow, okay, wartet, wartet. Die Schwerter müsste man, wenn man sie trifft, zurückschlagen können. Oder auch einfach nur wegschlagen. Toll. Aber wie der Nebel weggeht, ja, wenn man ihn so hat, dann... So, komm her, du an der Sau. Oh Gott. Achtung, er will wieder Topspeed machen. Der Nebel. Schnells, Schnells, oh Gott. Wer ist? Oh, ist auch nicht der Bespiel. Oh Gott. Das Schwert. Schnells. Oh Gott. Schnells, Schnells. Und nochmal. Da will ich jetzt. Oh, wird nochmal hier mit dem Pinsel einer. Oh Gott. Oh, okay, gut. Den habe ich auch nicht eine verpasst. Na, na, na. Okay, do, no, no, Mist. Ist und ich bin nur ein Wolf. So, Alter, mehr als die Hälfte abgezogen. Richtig cool. Komischer Typ, Alter. Da hätt ich wieder vor. Ich mach mal langsam. Oh Gott. Was macht er denn da? Oh Gott. Oh, 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 oh. Oh, er kommt wieder mit seinem ganzen Schwert dann an. Ja, macht doch. So, da hast du das komische goldene Schwert. Ha, zurückgeschlagen. Oh Gott. Ausgewichen. So, Achtung, warte, ich komme. Ich komme. Schön aufladen, schön aufladen. Schnells, Schnells. Oh, hab ich die voll getroffen. Okay, gut. Leider nicht tot, da war ich jetzt ein bisschen zu weit weg. Aber ordentlich abgezogen. Noch einmal ihn rausboosten und dann ist er down. Und ich weiß, dass ich bei dem so ein Problem hatte. Ich weiß das noch, ey. Oh Gott. Mach jetzt schon wieder auf zu. Wartet. Ah, nein. In Zeitlupen-Modus. Oh Gott. Was? Okay, wenn er grün ist, dann klappt es nicht. Okay, mach wieder den komischen. So, dann, ihr fail-fans. Ja. Ja! Eine neue Perlenwaffe! Nice! Erhalten! Ein göttliches Instrument! Die Exorzismusperlen! Yes! Läuternde Gebetsperlen, die die Macht heiligen Lichts enthalten! Sehr schön! Die werde ich gleich wieder ausrüsten und dafür habe ich noch ein bisschen Goldstaub! Sehr nice! Ah, wieder einen großen Abschnitt geschafft! Der Giftnebel, der die Bewohner der Stadt plagt, war das Werk von Pesthauch, einer Krankheit im Körper des Kaisers. Pesthauch war aus den bösen Intentionen des Schwerts Goldnadel herausgeboren. Aber selbst eine so verabscheuungswürdige und von Hass erfüllte Kreatur war kein wirklicher Gegner für unsere unerschrockene Helden Amaterasu und Isshun. Mit Pesthauchs Niederlage verschwand auch der giftige Nebel. Der Kaiser, nun befreit vom Einfluss des Bösen, wurde wieder normal. Amaterasu und die anderen hatten sich einen kurzen Moment der Erholung verdient. Aber währenddessen konspirierte das Böse weiter, um diesen Moment der Ruhe so kurz wie möglich zu machen. Was soll das heißen? Aus Goldnagels besiegter Form entstieg die bekannte Finsternis. Der Geist des Bösen und des Hasses, der in dem Schwert inne wohnte, schwarz wie die finstere Nacht. Und tief wie der Ozean stieg langsam zum Himmel hinauf. Mach keinen Fehler, das war zweifelsohne einer der verdorbenen Geister, die aus Orochis besiegten Körper entstiegen. Beständig und schnell erhob er sich. Dann beschleunigte er auf einmal und verschwand in Richtung See über den Horizont. Er bewirkte sich zielgerichtet, als ob er sich mit einem alten Freund treffen wollte. Amaterasu und die anderen hatten keine Zeit zu rasten. Ob sie wirklich die Normalität der Hauptstadt wiederhergestellt hatten? Sie mussten sich ja immer noch um die Bedrohung durch den Wasserdrachen kümmern. Diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Oh Mann! Hey du! Hast du nicht irgendwas vergessen? Du hast es ganz schön übertrieben, Alter, Großbauel. Du spielst ja noch nicht einmal in der gleichen Liga wie der unglaubliche Essun. Was er schon macht. Nun, Feldknäuel, das war's. Wie wär's mit ein bisschen Siegesgeheul? Oh ja. Oh, warte mal. Das hätte ich ja beinahe vergessen. Diese kleine Kaguya ist immer noch eingeschlossen. Ah, die befreien wir dann schnell. Kein Problem. Oh ii. Amy, scheinst du, als würde der Alte immer noch pennen. Naja, machen wir ihn einfach wach. Wie wär's einfach damit? Wir übernehmen das Kommando. Und lassen ihn ihre Zelle aufschließen. Wie sollen wir das denn machen? Warum sollen wir uns die Mühre machen, ne? Und ihm aufwecken. Um alles zu erklären. Äh, hä? Du raffst es nicht, oder? Nö. Oh, nicht. Tut mir leid. Äh, was zur Hölle? Siehe und lerne, meine belzige Freundin. Äh, ah. Als erstes werde ich seinen Magen umrühren. Und dann? Ah, was zur Hölle? Was macht denn Issun da? Issun ist wieder voll der Trottel? Äh, äh. Was zur Hölle? Hey, bist du okay, Amy? Sieht so aus, als hätten wir den Kaiser wieder auf die Beine gebracht. Komm schon. Wir werden diesen kaiserlichen Leib bewegen. Lass ihn uns dahin bringen, wo sie Karuja festhalten. Oh Gott, das wusste ich gar nicht mehr. Man kann ja den Typen hier steuern. Wuh, wuh. Das wusste ich überhaupt nicht mehr. Wo kommt denn jetzt schon wieder? Ach, ich schätze, diese Leute kontrollieren die Geschäfts schwerer, als es aussieht. Nicht da lang. Wir müssen die große Nummer hier zur Kagujas Zelle bringen. Okay, lass uns jetzt zur Zelle gehen. Gut, ich darf mich nicht umgucken. Na denn halt nicht. Wuh, 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 wie das aussieht. Einer Mann, wo ist die Zelle? Oh, eure Majestät, geht es euch gut genug, dass ihr wieder herumlaufen könnt, oder was? Dieses Mädchen Kaguja wurde eingesperrt, wie ihr es befohlen habt. Aber sie hat nichts Falsches getan. Deshalb verstehe ich nicht, warum. Ähm, nicht, dass ich eure unwärmissliche Weisheit anzweifeln würde, eure Majestät. Ja, kein Problem, ich gehe mal der... Also, der bewegt sich, indem er, indem er einfach gegen den Magen immer kickt. Als ob das funktionieren würde, aber egal. Und jetzt, eure Majestäter, ich weiß, ihr habt es bereits abgelehnt, den Arzt zu sehen, aber es wäre sicherlich ratsam, sich behandeln zu lassen. Einige Leute haben sogar zu spekulieren begonnen, dass es eure Krankheit ist. Ähm, ähm, natürlich habe ich sowas niemals angenommen. Wenn wir alle Respekt haben, wollen wir noch voll schlafen. Äh, 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 sind hier die Zelle? Das war ja ein weiter Weg. Seid ihr, seid ihr der Kaiser? Aber, wenn ihr es seid, dann bedeutet es, dass, dass diese beiden... Oh, ach du meine Güte, es ist alles meine Schuld. Wie soll ich, wie soll ich mich jemals dafür entschuldigen? Ähm, äh, mal sehen, äh, wie wäre es, wenn du damit anfängst, mir hundert Klöße zu machen? Hä? Hä, 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 wollte dich nur aufziehen, Süße. Diese Stimme. Ganz genau. Hast du wirklich geglaubt, wir würden so leicht ins Gras beißen? Der Kaiser wurde von einem bösen Magenvirus kontrolliert. Pesthauch, Virus, okay. Aber wir haben uns drum gekümmert. Die Dinge sollten sich, äh, bald wieder normalisieren. Und nun lassen wir diesen kaiserlichen Leib deine Zelle öffnen. Mal sehen. Geil. Easy. Oh, ich danke dir, wenn man sich so ein Bambusding anhat. Ich hatte geglaubt, dass ich hier nie wieder rauskommen werde. Keine Zeit für ein kleines Schwätzchen, Bambusmädchen. Wir haben den Kaiser von dem Monster befreit. Das ihn kontrollierte. Aber, ja, aber die Dinge, naja, sind hier immer noch ein bisschen kompliziert. Leider. Wir werden uns von hier verziehen. Das solltest du auch tun. Was, wir ziehen uns von hier? Nur mal sehen. Oh, ja. Kille, Kille, Kille. Äh. Vor allem, warum sind wir wieder groß? Haha. Ich weiß schon, was du vorhast, Amy. Und ich stimme dem zu. Und damit hätten wir dann hier alles wieder ins Load gebracht. Ich meine, wir haben bereits das Bambusmädchen befreit. Hm. Jetzt mach dein Siegesgeheul, um den Kaiser aufzuwecken. Oh, je. Und wieder ein kleines Kapitel abgeschlossen. Das geht auch immer so am Siegesgeheul zu erkennen. Ja, ich war zu langsam. Ist schon klar. Ach, was soll's. Möchtest du das Spiel speichern? Ich glaube, erstmal noch... Na, obwohl doch, eigentlich haben wir schon... Äh, naja, natürlich. Eigentlich sind wir schon richtig ready. Es ist genau passend, um den Part zu beenden. Sehr, sehr schön. Alles klar. Leute? Oh, über 20 Stunden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, hm. Hm. Ich frage mich, was passiert ist. Äh, die Leute sagen, ich wäre durch eine Krankheit ans Bett gefesselt gewesen. Aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich erinnere mich, dass ich mich mit meiner Bambushändlerin namens Kaguya getroffen hatte. Und ich erinnere mich an einen geheimen Schatz, für die das Überqueren eines Seels aus Feuer. Aber ich habe jede Einigung daran verloren, was dann geschah. Ja, es ist fast so, als ob ich von einem seltsamen Geist besessen gewesen war. Äh, das Gerede eines geplanten Kaisers, Alter. Aber Kaguya ist in Sicherheit. Schätze, wir können ihm etwas Ruhe gönnen. Ein weißer Wolf und ein seltsamer springender Punkt? Ich habe so das Gefühl, dass ich euch beiden aus einem Traum kenne. Ich muss mich bei Königin Himiko für meine unverzeihlichen Fehltritte entschuldigen. Himiko? Ja, da ist es, das ist es, der Himi. Die Stadt steckt unendgültig in einem totalen Chaos. Und Königin Himiko unternimmt deswegen überhaupt nichts. Es gibt keine Entschuldigung dafür, warum sie sich in ihrem Palast eingeschossen hat. Junge, der werden wir mal richtig in ihr Meinung erzählen. Ach, lieblicher weißer Wolf. Ich fühle mich immer so entspannt, wenn du da bist. Ich habe so ein Gefühl, dass du mich zutiefst kennst. Zutiefst? Oh, ich kenne dein Innerstes, das kannst du mir glauben. Weißt du, ich sammle Dämonenzähne. Ja. Wenn du welche dafür mich hast, dann gebe ich dir Schätze dafür. Die Leute werden dir sagen, ich sei ein Narr, dass ich einem Wolf Schätze gebe. Aber du bist immerhin mein Glückswolf. Ich bin mir sicher, dass dabei etwas Gutes bei rauskommen wird. Du kannst bestimmt schon, hast bestimmt schon viele Dämonenzähne gesammelt, oder? Nun, was denkst du? Würdest du gegen mir Schätze eintauschen? Oh ja. Oh ja, oh ja. Oh, guck mal hier. Und genau hierfür habe ich gespart. Für diese Sachen hier. Einmal für den Nebeltopf. Ermöglicht Transport zwischen Ursprungsspiegeln. Richtig gut. Ja, damit man... Zack. Weil das ist nämlich eine Fähigkeit, eine zweite Fähigkeit von Hasugami. Herzlich, Arbeiter, Hasugami. Quelle, alles Gute, aller Mutti hier. Unsere Trennung hat mich geschwächt. Meine Macht ist wie Nebel verflogen. Dein Herz reihe gedrückt und die Prinsenalistische dringend. Hat mich wieder erweckt. Das Siegel des Nebels wird mich beschützen. Meine Macht hat ihren Höhepunkt erreicht. Ich hiermit verleihe ich mir die Kraft schneller Nebel. Geil, oder? Dankeschön. Wow, hätte ich nie gedacht, dass so etwas aus einer Flasche kommen kann. Ich wette, dieser kaiserliche Sammelfritze wusste nicht einmal, was in diesem Ding drin war. Wegen diesem schnellen Nebel, ich weiß nicht so genau, wie man ihn einsetzt. Aber das Wichtigste ist doch, dass du eine weitere Technik zurück hast. Boah, ist doch noch eine Truhe. Aber okay, Leute, ich würde sagen, ich beende hier erstmal den Part. Vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen, für euer Interesse. Weil nächstes Mal gucken wir mal, was Königin Hibniko sozusagen hat. Und ich kaufe natürlich noch die anderen Dinger von dem Typen leer, ist ja klar. Bis dann, Leute. Ciao! Ciao!